Hallo, Fellknäuel. Hey, das ist Git McMarx. Der Mann aus dem Infobot. Höchstpersönlich, Kumpel. Habt ihr beiden meine fette Raumschlacht vorhin gesehen? Deine Hilfeschreie haben wir gehört. Ähm, das war eine Art Schlachtruf. Mein Agent und ich wurden auf dem Weg zum Hoverboard-Training überfallen. Hat er den Absturz überlebt, Sir? Ach, der ist okay. Aber ich hab Probleme zum Schiff zurückzukommen, weil ich mir den Knöchel verstaucht hab. Ja, klar. Wenn ihr alle Sandhaie erledigt, könnte ich euch vielleicht ein Hoverboard schenken. Wir würden ja gern helfen, Mr. McMarx, aber wir suchen Käpt'n... Eins deiner Boards. Hm, ich wollte schon immer ein gutes Hoverboard. Tja, na gut. Und du hältst am besten deinen Fuß hoch. Du hältst am besten? Ja. Sauce ist ein Fisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020